Moinsen, weiter geht's. Was willst du? Zufall. Z-Z-Zufall! Wie ist der Zufall so weit? Nee, dich zähl, lass uns noch warten. Am Arsch. Das war nicht fair. Gute Nacht. Na, er haut dir gar nicht ab. Er labert nur. Er tut immer so. Müsse Sau. K-K-Käseland. Das ist doch Käse. Ja. Der hat die meisten Punkte. Das ist Chris, der wie die Spiel kocht. Grüßt, der wie die Spiel kocht. Grüßt, der wie die Spiel kocht. Ich kann auch erster sein. Nein, kannst du nicht. Ich kann auch erster sein. Nicht so lange ich dabei bin. Dafür werde ich Sorge. Oh, 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 wenn ich dich hier vom Sofa treten muss. Gemeinheit. Das Leben. Nein. Das ist das Leben, mein Lieber. Ja. Das ist das Leben, mein Lieber. Das ist das Leben, mein Lieber. Oh, 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 oh. Nein. Wenn jetzt kein blauer Panzer kommt, dann könnte das was werden. Na, wieso hole ich die Bananen weg? Bin ich behindert. Meinen einzigen Schutz werfe ich einfach weg. Das war nicht so schlau an der Stelle. Jetzt leiste ich mir Fehler, so richtig unnötige. Nein, komm gib das. Ist das eure Ernte? Ja, sicherlich. Oh, dominiert! Verdienter Platz 1. Mehr Luft trägst Joschi. Wie immer so im Mittelfeld Platz 7. Langsam hole ich mir meine Punkte. Langsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ich schaffe noch den 1.100er Bereich. Tja. Wie ist die Strecke? Aber haben wir die Strecke schon mal gefahren? Mit dem Steigen da? Äh, weiß ich nicht ob wir die mal gefahren haben. Ich auf jeden Fall. Mehrmals. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Start! Oh yeah! Ja, Voldemort hat gewonnen. Oh ja! Snape ist gestorben! Ja, das ist voll traurig. Der war nur 69. Voll krass. Scheiße. Herzliches Beileid an ihn und seine Mitmenschen. Mann! Ich habe bei 2 gedreht. 0 hast du nicht. Ich habe den Videobeweis. Alles was ich hier sagen kann für oder gegen sie verwendet werden. Fuck. Juuu! Was war das für eine Bananenattacke? Hä? Du musst dir an der Wand fahren? Musst du nicht. Kannst du aber tun. Ist sogar schlauer wenn du es tust. Boah, die Abkürzung bringt es ja richtig. Zum Glück fahre ich die nicht. Störbefer. Wuhuu! Das war äh knapp. Würde ich mal sagen. Boah, ist das hier immer noch nicht auf. Heilige Scheiße. Ich bin zu schnell. Für die Strecke. Fliegt wie über Leiche. Bring mir den Sieg. Bring mir den Sieg. Fliegt wie über Leiche. Wuhuu! Boah! Ich bin dumm. Ja! Vierter! Nein! Sieht euch, Aschi. Für die Ehre. Wie bei Ehre? Nein! Nein! Stirbt doch alle. War das knapp. Bitte. Genau auf der Ziellinie abgeschossen worden. Ach du Kacke. Trotzdem noch Erster. Tja, also... Das ist der Erster. Ne? Normal. So, die drei fünfmal in Erfolg. Ja, ich nähere mich den 1-1. Was möchtest du? Die Wasserfälle oder was zufälliges. Wasserfall. Da fällt das Wasser. Ganz tief. Trisset. Ich würde gerade sagen, wie viel das steckt ist, aber hier ist noch einen, der ist noch schlechter. Du bist positiv. Darauf kommt es ja an. Oh, die Partystraße. Mit dem Wollyoshi. Nicht schon wieder. Nee, nee, nee. Oh, er hat gerade noch so einen Boost bekommen. Und ich weggerannt. Hehehehe. Das gefühlt kommt auch zu dieser Strecke in jedem zweiten, dritten Mario Kart Park bei dir vor. Das ist online halt eine sehr beliebte Strecke und offline muss ich halt die ganzen Pogalo holen, ne? Wo die halt ein Teil von ist. Aber ich finde, das ist eine sehr schöne Strecke. Wenn man mal so im Hintergrund guckt, da sind echt viele Details. Ich finde, das ist nur der Wollyoshi. Oh Mann! Ach, was tue ich denn? Jetzt gucke ich zu sehr in den Hintergrund. Schau, was dir so die Umgebung an oder auch aus. Das ist schön. Ja, da gibt es echt viel zu entdecken. Erinnert mich so ein bisschen im Toy Story. Ja, mich auch. Na, versuch was wert. War er das? Oh shit, sind die dicht hinter mir. Ich darf mir jetzt keine Flüchtigkeitsfehler mehr erlauben. Da ich ja als guter Zuschauer aufgepasst habe, heute bin ich die Abkürzung benutzt. Sehr gut. Oh, blauer Leck mich. Ja, ja, und der eine hat einen Stern und ist deswegen... Ja, er überfällt mich natürlich noch. Ist klar. Ja. Das ist ein Blöckchen. Fahrer, pflanze, fahrer. Nein. Das ist mir... Bitte. Was ist das? Du kannst auch hochziehen. Du musst jetzt rechts durchfahren mit den Pilzen. Genau. Hättest hochziehen können, Yoshi. Wie, da kann man noch hochziehen? Ja, wie beim Flugzeug, Mann. Lehnst du dich nach hinten, dann fliegst du hoch mit der Schnauze. Also, gut, beim Flugzeug hättest du es mir anders, aber egal. Aber das ist ja ein Fallschirm. Im nächsten Fall. Bis zum nächsten Mal.